Prinz Harry verrät endlich Näheres zu seinen Memoiren. Schon im Juli 2021 hatte der Royal angekündigt, ein Buch über seine ganz eigene Geschichte verfassen zu wollen. Die britische Königsfamilie soll besorgt sein, was darin über sie zu lesen sein wird. Nach dem Tod der Queen hat der zweifache Vater das Werk noch mal überarbeitet, damit es am 10. Januar 2023 endlich auf den Markt kommen kann. Nun gab Harry sogar den Titel seiner Biografie bekannt. Wie unter anderem Daily Mail berichtete, verkündete der Verleger des 38-Jährigen nun, Harrys Memoiren werden den Titel Spare, auf Deutsch, Ersatz, tragen. Damit scheint er sich auf seine Position als Zweitgeborener neben seinem Bruder, Thronfolger Prinz William, zu beziehen. In der Beschreibung des Verlags heißt es außerdem, mit seiner rohen, unerschrockenen Ehrlichkeit ist Spare eine bahnbrechende Publikation voller Einsichten, Enthüllungen, Selbstprüfung und Selbstbetrachtung und hart erkämpfter Weisheit über die ewige Macht der Liebe über den Kummer. Das Werk wird auch als Hörbuchversion erscheinen. Diese wird Prinz Harry höchstpersönlich lesen. Der gesamte Erlös soll letztendlich an die Wohltätigkeitsorganisation Sentebill gehen. Diese unterstützt hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in Lesotho und Botswana, die von HIV und AIDS betroffen sind.